Ich habe auch gesagt, dass die SPÖ hier kein verlässlicher Partner, das ist jetzt vorsichtig formuliert, der österreichischen Bevölkerung ist, sondern die SPÖ ist das Gegenteil. Ich habe nur ein paar der Asylgrauslichkeiten der SPÖ kurz mitgebracht. Das sind ja Dinge, die jetzt am Parteitag beschlossen worden sind und die quasi auch den Kern der Programmatik der SPÖ auch ausmachen in dieser Frage. Naja, legale Fluchtrouten schaffen und illegale Pushbacks stoppen, europäische Seenotrettungsmissionen unterstützen, das heißt nichts anderes als der nützliche Idiot für den organisierten Menschenhandel zu sein, Öffnung aller Ausbildungsangebote für Asylwerber, das ist jetzt die klassische Vermischung von Asyl und Zuwanderung, unbegrenzter Verteilungsschlüssel von Asylwerbern in der EU. Na gute Nacht Europa und gute Nacht Österreich. Sichere Fluchtrouten für Iraner und Afghanen nach Österreich. Na was das bedeutet, das kann sich jeder ausmalen angesichts der Problematik, die wir jetzt schon insbesondere auch mit Afghanen haben. Sofortiger Stopp aller Abschiebung nach Afghanistan, Staatsbürgerschaft für alle in Österreich aufgewachsenen Minderjährigen, da reden wir keine Sekunden von irgendwelcher Integration, kein Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft bei Straftaten und so weiter und so weiter. Meine Damen und Herren, das Programm ist die Zerstörung unserer Gesellschaft. Das ist das, was die SPÖ hier festschreibt, das ist das Ergebnis.